Vielen Dank. 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 Sie sieht auf dich, als ob sie zu antworten, aber sie entspricht auf dich, und beherrscht auf ihre Gesichter einmal mehr. Denn du bist ein Meister. Meister hat uns hier gebracht. Ich und Ma und Pa. Sie war nicht eine gute Frau. Blizards sind nicht gute Frau. Sie haben mich verletzt. Sie sind nicht wie ein Meister. Sie sind besser als die anderen. Aber ich liebe immer meine Ma und Pa. Die Eltern sind die besten. Sie beherrscht dich, und machen sicher, dass nichts dich verletzt wird. Und wenn sie verletzt, du bist alle allein. Ihre Augen locken mit Ihren für einen Moment. Sie setzt ihre Kopf auf ihre Knie und sitzt quietly. Wo ist sie? Sie gehen mit uns. Wer sind Sie? Sie sind von der Schelter? Sie sagt nichts von einer. Fierlass! Sie ist so late! Das magister offert uns zu verletzten. Atuza. Sie sagt, dass viele Magister nicht mit der Bishop reagieren. Sie sagt, dass sie uns zur Sicherheit bringen. Aber Atuza ist zurück. Sie hat gesagt, dass sie nach der Nacht kommen. Wir sind gefährlich, gefährlich zu bleiben. Ich... 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 Wir hoffen für nichts, dann. Wir warten für nichts. Ich... Ich... ...leise zu sein, jetzt. Die Elf benutzen ihre Palme, um zwei Stadte Streams von Teiern zu geben. Sie wissen Sie die Homeland? Ich wollte meine Littleen da, aber... ... es ist nichts left. Es ist nichts für uns hier. Es ist nichts für uns da. Es ist nichts für uns da. Es ist nichts für uns. Es ist nichts für uns. Es ist nichts für uns. I'll beat you over with a smile. Oh, Dragonkin! Komm, komm! Ich weiß, dass dieses hellige Ort ist, dass der Wettbewerb ist. Aber schau, Tier Sendelia schlägt. Meine Seedlings werden stark. May ihre Leben bringen Freude zu unserer eigenen. Die Natur ist einfach so großartig. Ah, es ist gut zu treffen, einen Freund von Green Thumb. Hier, ein Geschenk von einem Gardner zu einem anderen. Beaming widely, er handelt dir ein Bucket und ein Seedling, bevor du deine Hand aufzürenst. Oh, anywhere you like. Just plant the Seedling in the bucket, then place it in the ground. Herbs have their own wisdom. They can take it from there. The Elf beams a wider grin than you've seen so far in Fort Joy. Many plants can be coaxed to life in this way. The more, the merrier for them and for us. The jolly expression on his face falters and drops. Hollow-eyed, he twists and turns the plant in his hands until it is no more than dead leaves and dirt. Death, Fog. All gone. All gone. All gone. My Mindula. No more. No more my Samil. My Valeria. My Valeria. His mouth sets in a stern line, cruel and stubborn. After that, I took life. I took all the life that was taken from me. Some, and then some, and more, and more, and more, and more. Your words seem to jolt him back to the present moment. He shakes his head, and the mask of hatred disappears. He smiles again, even wider than before, yet his eyes stay hollow. Oh, look at me, reminiscing about the olden days again. Far better to work the soil, to tend the seedlings, to make life. To make life, to make life, to make life. The elf returns to his planting, grinning and humming a happy little ditty under his breath. Here we go. I don't, it's a short time where the fruit turns out. And it's evolving. The lroo's over here, I'll lower the tree in the middle. Yeah, there's just one more spot here. Was ist das? 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 Can you? Was ist das? 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 Das war's. 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 Das war's.